Hallo, Moin! Pass mal auf, ich habe eine Erfahrung, es gibt ein bisschen, bisschen für Hunde. Jaaa! Pass mal auf, ich habe da so einer. Und zwar, da treffen sich zwei Hunde. Jaaa! Und da sagt der Engel zu dem anderen, nee, so sagt er nicht. Das ist falsch, ich muss wieder von vorne anfangen. Also, pass auf, treffe nicht zwei Hunde, fliege über die zwei Düsenjäger. Wisch, wisch! Vorbei. Und da sagt der Engel, boah, sind die aber schnell. Sag der Engel, du bist vielleicht klar, wenn dein Schwanz brennen wird, dann willst du also schnell frieren. Haha, ist das nicht witzig? Dann willst du also schnell frieren. Haha, ich finde das ist so witzig. Hallo, kurzer für euch. Du bist auf, wie hältst du ein Hund auf Französisch? Ja. Haha, der Bello! Ihhh, ich könnte mich nicht mehr knacken. Okay, schöner Tag, tschüss, euer Merlin. 婆- w- 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 dans